Vielen Dank, Julia. Herzlich willkommen alle und herzlich willkommen zu unserer Nachmittags-Session. Ein letzter Teil der Republika 2023. Wir kommen alle vom Mittagessen. Manche haben auch noch das Mittagessen mehr oder weniger im Mund. Vielen Dank für die tolle Organisation, dass wir so leckere Sachen zu essen bekommen. Aber ich weiß nicht, ob ihr bei euch jetzt Mittagessen habt oder ob ihr schon spät einen Nachmittag habt oder ob ihr Zeit habt zu kochen oder ins Restaurant zu gehen. Wir hatten Essen über die Plattformen geordert und das ist ganz magisch bei uns gekommen, auch aus dem Rucksack oder auf irgendeinem E-Fahrrad. Das sind PlattformarbeiterInnen, die für eine kurze Zeit arbeiten, für ein Gig, um uns unser Essen zu bringen. Aber das sind nicht nur diejenigen, die Essen bringen, sondern das können auch diejenigen sein, die uns hier beispielsweise zum Bahnhof oder zum Flughafen bringen. Und es gibt auch Menschen, die die ganze Zeit online arbeiten, die Softwareentwickler, die ÜbersetzerInnen. Und ich könnte das weiter und weiter und weiter machen. Also Big Work oder Plattformarbeit hat sehr viele Facetten, viele verschiedene Arten von Arbeiten. Aber es hat alles eins gemeinsam. Das wächst und es wächst global. Das ist eine globale Wirtschaft, die wächst. Und es gibt hunderte von Millionen von Menschen in der ganzen Welt, die in dieser Plattform-Ökonomie arbeiten. Und das passiert über große Plattformen. Und das bringt natürlich neue Herausforderungen und neue Fragen an uns alle. Für diejenigen, die nur für einen Gig arbeiten, wie werden sie bezahlt beispielsweise, wie bekommen sie sozial gerechte Bezahlungen, haben sie den gleichen Schutz wie die regulären ArbeiterInnen. Und wie können wir das abwägen gegen die Interessen von großen Plattformen, Unternehmen, die im Big Silicon Valley arbeiten. Und das sind alles wirkliche Fragen. Und es ist mir eine Ehre und ein Privileg, hier euch durch diese Session zu führen mit ExpertInnen, die von sehr weit gekommen sind, um uns durch diese wichtigen Fragen zu bringen, diese neue Art der Arbeit in der Gig-Ökonomie. Und das ist natürlich ein globales Phänomen. Es gibt Menschen aus der ganzen Welt, die daran beteiligt sind. Und wir müssen auch sehen, dass es wirklich hier Milliarden und Milliarden von Menschen sind. Die müssen zusammenarbeiten. Die müssen auch wirtschaftlich zusammenarbeiten. Und neben dieser wirtschaftlichen Zusammenarbeit bin ich auch sehr froh, hier wunderbare SprecherInnen zu haben, die über die Rolle von Deutschland auch bei dieser Entwicklungszusammenarbeit beteiligt sind. Und herzlichen Dank und bitte ein herzliches Willkommen und einen Applaus für die deutsche Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungsfinnen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn immer wir beispielsweise im Verkehr gingenbleiben, in Lagos beispielsweise, dann sehen wir, welche Geeks hier uns ermöglicht werden. Das sind auch Autos beispielsweise, die um uns herum sind. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie das aussieht. Alle haben hier jetzt Kopfhörer auf und haben auch Videos beispielsweise. Und es gibt Jobs, die wenigen, die 10 Cent pro Stunde bekommen oder 2,50 Euro. Das ist schon viel mehr, als sie bekommen. Aber sie werden nicht die Cash bezahlt, sondern sie werden durch Amazon Gift Cards bezahlt. Und jemand anderes in einem anderen Land werden bezahlt, um hier eine Amazon-Bestellung in Nigeria irgendwo auszuliefern. Und das sind auch solche Geeks, die outgesourct werden auf dem globalen Norden, in den globalen Süden. Ob das Programmierung ist oder Gips oder was auch immer, da wird die Arbeit schlechter bezahlt. Hier in Deutschland haben sich viele daran gewöhnt, dass sie ihr Essen nach Hause bekommen beispielsweise oder dass sie über Uber irgendjemand bekommen, der kommt und was repariert zu Hause. Und das sind nur ein paar Klicks und das passiert sehr billig. Und das ist diese Geek-Economy, die in allen Sektoren passiert. Das ist gut für die Plattformen, aber es ist schlecht für die ArbeitnehmerInnen, weil sie haben keine Verträge, sie werden sehr schlecht bezahlt. Und sie werden auch nur ab und zu bezahlt. Sie haben keinen Gesundheitsschutz beispielsweise, keine anderen Versicherungen. Wenn sie krank sind, wenn sie nicht arbeiten können, dann werden sie schlicht und ergreifend nicht bezahlt. Dann haben sie auch keine Gewerkschaften, die für sie einstehen. Sie haben diese Klick-Reihe-and-Feier-Kultur. Beispielsweise das gehört zum Begleiber des digitalen Zeitalters. Und das ist nicht weniger als einfach eine Ausbeutung von ArbeitnehmerInnen. Das heißt, es hat hier auch eine dunkle Seite. Aber ich wollte hier jetzt nicht alles schlecht reden, sondern ich möchte über Lösungen sprechen. Denn die Plattformarbeit ist gekommen und wird bleiben. Und das wird immer weiter wachsen. Und wir als PolitikerInnen müssen sicherstellen, dass all diejenigen, die in der Geek-Economy arbeiten, dass sie auch gerecht bezahlt werden und gut geschützt werden. Denn Plattformarbeit ist die Arbeit der Zukunft. Ich habe jetzt die Gefahren erwähnt, aber Plattformarbeit ermöglicht uns auch viele Möglichkeiten. Digitale Arbeit beispielsweise kann flexibel passieren zu flexiblen Zeiten. Das kann man herumarbeiten, um die Zeit, die man für die Familie braucht. Und es hat auch beispielsweise für Frauen ein großes Potenzial. Denn sie sind hauptsächlich immer noch verantwortlich dafür, für das Zuhause und für die Kinder zu sorgen. Und dann ist es natürlich für sie noch schwieriger, in den traditionellen Arbeitsmarkt einzutreten. Und da geht es auch um Möglichkeiten, dass es attraktiv ist für Menschen aus dem globalen Süden, dass sie ohne gewisse Vorbildungen in den Arbeitsmarkt eintreten können. Und das bedeutet beispielsweise, dass wenn die Bedingungen gut sind, dass dann Plattformarbeit hier eine wunderbare Möglichkeit für Selbstbestimmung bietet. Also die Millionen-Dollar-Frage beispielsweise ist, wie sollten diese Möglichkeiten aussehen? Wie können die Möglichkeiten von Plattformarbeit beispielsweise kompatibel sein mit dem normalen Arbeitsmarkt? Das deutsche Entwicklungsministerium nutzt die GIG-Wirtschaftsentwicklungsinitiative, um diese Arbeiten voranzutreiben und auch hier die Arbeitsbedingungen weiter voranzutreiben bei der digitalen Arbeitswelt und der Arbeitsumgebung. Es gibt auch das Fair Work-Projekt. Fair Work schaut sich die wichtigsten GIG-Plattformen an und sieht, wie hier die Konditionen aussehen, die Bezahlungen, die Vertretungen beispielsweise aussehen. Wie sieht etwas aus? Fair Work beispielsweise lädt alle ein, in dieser Plattformen einen konstruktiven Dialog zu treten und um die Konditionen zu verbessern für ArbeitnehmerInnen und auch langfristig zu verbessern. Und das scheint zu arbeiten. Mehr als 200 Plattformen wurden jetzt beispielsweise bewertet und mehr als 140 Verbesserungen wurden da vorgenommen. Ungefähr 9 Millionen Menschen haben davor aus Nutzen gezogen. Nur ein paar Beispiele. Beispielsweise ein Online-Supermarkt zahlt jetzt mehr als das Mindestgehalt oder zahlt den Unterschied, wenn sie das nicht haben. Oder POD in Südafrika beispielsweise hat gesagt, dass sie allen ArbeitnehmerInnen nicht nur das Mindestgehalt zahlen würden, sondern das, was sie brauchen zum Überleben in Kenia und Indien beispielsweise. Big Economy jetzt auch Workshops für Gewerkschaften organisiert, damit sie eine bessere Anwaltschaft machen können für diejenigen und wie die Algorithmen sich auszahlen können auf das Gehalt. Aber Entwicklungspolitik geht für mich nicht nur darum, um zu reagieren und um vorher zu löschen. Es geht darum, präventiv tätig zu werden und um das System insgesamt zu verändern, weil man sich auf das große Bild konzentrieren muss und strukturelle Veränderungen vornehmen muss. Und digitale Technologien spielen dabei eine wichtige Rolle, um vor allem auch nachhaltige Entwicklungen voranzutreiben. Und das kann doch passieren, wenn wir den richtigen politischen Rahmen haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier die deutsche Politik und ein Ministerium eingebunden haben, die Strategien werden die Werte und die Prinzipien festlegen, minder Zusammenarbeit mit unseren digitalen Politiken. Und das erste Mal wird die deutsche Bundesregierung auch zustimmen zu den Zielen der digitalen Entwicklungspolitik. Das wird uns Klarheit geben über das, was wir angeben können, was wir vorgeben können und wie hier mehr Klarheit geschaffen werden kann, was Souveränität angeht und digitale Gesetzgebungen. Ich meine, die europäische Gesetzgebung hat natürlich einen starken Wettbewerb beispielsweise. Wer ist da dagegen? Das sind die marktzentrierten Unternehmen auf der anderen Heiden und dann die staatszentrierten Staaten, wie China beispielsweise, die Überwachungsstaaten. China beispielsweise nutzt die Technologien sehr stark dazu, um politische Interessen umzusetzen. Und wenn man hier chinesische Infrastruktur nutzt, dann öffnet man Tür für chinesische Interessen. Und das geht gegen digitale Souveränität. Und dann gibt es auch viele Länder, die sagen, wir nehmen alles, was es da gibt. Denn da gibt es überhaupt keine Beschränkungen. Im Gegenteil, viele Prokuristen im globalen Süden denken, dass die strikten Regeln in Europa ein Hindernis darstellen für Menschenrechte und Due Diligence und Lieferketten beispielsweise. Wenn man beispielsweise all diesen Vorgaben gerecht werden muss, dann kann das beispielsweise auch ein Hindernis sein. Und wir haben eine Alternative, die wettbewerbfähig sein kann und die mehr auf die Rechte der Individuen entscheidet. Also was machen wir im deutschen Entwicklungsministerium? Was bieten wir unseren PartnerInnen? Wir möchten mehr demokratische Digitalisierung haben und die offen ist und trotzdem reguliert. Und das ist eine Alternative zu all dem, was China und die USA anbieten. Und damit stehen wir auch für Werte ein, die konstant, so wie Freiheit und Selbstbestimmung unter Beschuss stehen. Und da kämpfen wir gegen Souveränität, unsere eigene digitale Infrastruktur und auch werthaltige Ressourcen im digitalen Zeitalter. Was sind unsere eigenen Daten beispielsweise? Und wie können wir diesen Daten am besten nutzen? Und wir stehen ein für den globalen Süden und den Wettbewerb zwischen verschiedenen Systemen, beispielsweise auch grenzübergreifend gesehen. Wir müssen gemeinsam zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle im gleichen Boot sitzen, ob wir in Kairo oder Nairobi oder Kiew sitzen. Denn die Unternehmen und Regierungen stehen alle vor den gleichen Herausforderungen wie Berlin, Brüssel oder Washington. Das heißt, wir sprechen über Open Internet oder Smart Solutions beispielsweise für Lösungen. Wir brauchen einen wirklich angeregten Dialog. Und zweitens, wenn es um digitale Transformationen geht, da können wir sehr viel voneinander lernen. Beispielsweise gibt es digitale Websites, die in Kenia beispielsweise schon länger existiert haben als in Deutschland. Und da haben beispielsweise auch die Gesundheitsministerien sich beispielsweise in Deutschland und Europa hier sich die Köpfe gerieben. Und in Kenia gab es da schon ein tolles System. Und ich bin mit DJI Zapp und New Networks zusammengetreten, um wirklich sicherzustellen, dass PartnerInnen voneinander lernen können und auch etwas voneinander lernen können, was nachhaltige Entwicklung angeht. Denn digital und global ist etwas, das für alle von uns gilt. Digital und digitale Lösungen brauchen wir auf der ganzen Welt. Und die müssen beschleunigt werden durch die Netzwerke und mit den Netzwerken, in denen wir arbeiten. Das haben wir gesehen in Tansania, in Peru und in Ghana, wo auch immer. Wir haben da digitale Zentren in 35 Ländern weltweit aufgestellt. Wir haben digitale Lerntours mit Dengi und so weiter aufgestellt. Und wir können auch viele Ratschläge geben, auch für UnternehmerInnen, wenn sie sich an öffentlichen Unternehmen beteiligen möchten und wenn sie ihre eigenen Netzwerke aufstellen möchten, untereinander. Gleichzeitig sorgt dieses Netzwerk dafür, dass die Stimmen aus dem globalen Süden gehört werden, auch in der öffentlichen Debatte in Deutschland und in den internationalen Foren. Und auch da geht es darum, gemeinsam voneinander zu lernen und gemeinsam voranzugehen in die Zukunft. Das heißt, wenn ihr da beispielsweise daran teilnehmen möchtet und wenn ihr diese Werbekampf nicht gehört habt, dann seid ihr heute an der richtigen Stelle. Ich stehe hier ein für die Gig Economy mit fairen Regeln, die die ArbeitnehmerInnen schützt und die dezente Jobs anbietet und damit die Digitalisierung demokratisiert wird, sozial gerecht wird und klimafreundlich gestaltet wird und das auf der ganzen Welt. Denn Digitalisierung ist nicht ein Ziel in sich, sondern mit dem richtigen Rahmen ist das der Schlüssel zu einer gerechteren Welt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich denke, das war eine faszinierende Rede und es gibt uns sehr viel zum Denken. Und ich freue mich sehr dafür, dass Sie hier sind und Sie bleiben auch für unsere Podiumsdiskussion. Und ich würde Sie jetzt auch bitten, hier wirklich Platz zu nehmen und ja, vielleicht noch eins weiter. Und jetzt möchte ich auch begrüßen hier im Podium. Wir haben über Fair Work gehört und er ist einer der Founding Directors von der Fair Work Foundation und auch Professor Internet Geography vom Oxford Internet Institute, Professor Mark Graham. Herzlich willkommen. Und Mark kommt gerade, er kommt gerade aus Jordanien, wo er mit Leuten aus der Fair Work Foundation zusammengearbeitet hat. Und er kommt gleich zu und genauso weit gereist ist unsere nächste Podiumsteilnehmerin. Digital Opportunity Trust, das ist, sie macht Anwaltschaft für die digitale Wirtschaft. Und bitte einen herzlichen Applaus für Esther Gatigi Kibuki. Und wir haben schon gehört, dass die digitale Wirtschaft, dass die Plattformarbeit oder die Plattformwirtschaft hier eine globale Wirtschaft ist. Und wir haben gesagt, es gibt Millionen oder hunderte Millionen von Menschen, die in diesem Wirtschaftssektor arbeiten. Wir können natürlich nicht alle auf die Bühne holen, aber dank der Arbeit von Menschen im Hintergrund und ihrer Vorbereitung haben wir ein paar Stimmen, die wir jetzt hier hören können aus der ganzen Welt. Und wir möchten sie jetzt live hier hören. Es ist flexibel und es macht mich unabhängig, weil ich selbst planen kann. Das ist eine Wirtschaft, die ich nicht haben könnte oder eine Arbeit, die ich nicht haben könnte in traditionellen Unternehmen. Es gibt keine festgelegte Struktur, es gibt kein HR beispielsweise, es gibt keine Finanzsicherheit, keine Stabilität. Immer mehr Menschen machen die Erfahrung, dass es darauf ankommt, was man tut, wie man es tut, wo man es tut. Und wenn man auf den Geek-Economies arbeitet und auch bei zwei Berufen, der dort arbeitet, dass man von Provisionen lebt, da muss man auch für bestimmte Aktivitäten eintreten und man muss schauen, was es an was an Vorteilen gibt. Also wir sind immer mehr digital und es gibt auch soziale Faktoren, die da eine wichtige Rolle spielen und auch emotionale. Das ist ein kritisches System. Und wir müssen auch sehen, wie wir faire Gehälter bekommen, damit die Menschen auch hier richtige Zeitfenster bekommen und Bezahlung bekommen. Ja, es ist schwierig darzustellen, weil man physisch gearbeitet hat. Das ist nicht nur wichtig für weitere Beschäftigungen, sondern auch, um zu beweisen, dass man wo gearbeitet hat. Und das ist wichtig für die zukünftige Karriere. Das waren Videoeinspielungen. Das waren nur ein paar Snapshots von Eindrücken von ArbeitnehmerInnen aus der ganzen Welt, die sich in Plattformarbeit betätigen. Aber wir haben natürlich hier auch im Podium beispielsweise ExpertInnen für diejenigen, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten mit Geek-Work und Geek-Economie gearbeitet haben. Was ist die Motivation für die Geek-Economie? Möchten Sie mehr Flexibilität? Sind Sie unzufrieden mit konventionellen Arbeitsmodellen? Hallo und nochmal herzlich willkommen alle zusammen. Also vielleicht ein bisschen Hintergrundinformation. Digital Opportunity Trust arbeitet mit jungen Frauen und möchte mehr Frauen hier auch die technischen Möglichkeiten bieten, damit sie in der digitalen Wirtschaft überleben können. Und dann haben wir das Digital Transportation Center, die GIZ beispielsweise, die Frauenhilfe, die in der Geek-Economie arbeiten. Und eine der Sachen, die wir herausgefunden haben, ist, dass wir einen Übergang brauchen in die Geek-Economie. Und dazu brauchen wir mehr Flexibilität. Wir kennen alle sehr viele Frauen. Und wir haben, sie müssen natürlich Kinder bekommen. Sie müssen hier beispielsweise nach dem Haushalt schauen. Und dann ist es sehr schwierig, auch dem Beruf nachzukommen. Also die Geek-Economie gibt ihnen die große Chance, die Arbeitszeiten zu kontrollieren, um auch zu entscheiden, mit wem sie arbeiten möchten. Man kann den Arbeitnehmer an sich selbst aussuchen und dann beispielsweise sagen, welche Arbeit man tun möchte. Das war einer der haupttreibenden Faktoren. Und wegen Covid-19 haben wir auch sehr viele Menschen gesehen, die in die Geek-Economie abgedriftet sind. Und da gab es beispielsweise die falsche Meinung, dass das keine formelle Arbeit ist, dass man das einfach nur so am Wochenende machen kann. Aber während der Pandemie haben die Leute langsam aber sicher gesehen, dass Geek-Economie auch eine akzeptable Form der Arbeit ist, dass man auf der Plattform arbeiten kann, dass man auch einen Job oder verschiedene Jobs dort durchführen kann, um sich einen den Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist hier Flexibilität und Convenience und auch die Möglichkeit, die Arbeitszeiten zu kontrollieren, weil sie auch noch andere Verantwortungen haben. Wir haben über Frauen gesprochen und wir kommen gleich nochmal auf die Rolle von Frauen zu sprechen in der Geek-Economie. Das heißt hier Möglichkeiten, Flexibilität, das hört sich alles sehr fair und toll an. Aber wir sind natürlich auch, wie wir gehört haben und auch aus der Forschung gehört haben, es ist nicht immer alles optimal. Es gibt manchmal Schritte zurück, es gibt auch negative Auswirkungen. Und ich denke, Marc, hier einer der negativen Punkte der Geek-Economie. Das ist einer der Gründe dafür, dass ihr diese Fair-Work-Initiative überhaupt gestartet habt. Was waren die negativen Erfahrungen und die Rückschläge, die ihr gemacht habt mit Geek-Economie? Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich denke, Ministerin Schulze hat das schon sehr schön gesagt, wie die Chancen und Möglichkeiten und auch Risiken der Geek-Economie aussehen. Ich denke, diese Plattform-Ökonomie wird nicht wieder weggehen. Wir werden nicht mehr zurückgehen in eine Welt ohne Plattform. Und es ist nicht, dass Plattformen per se schlecht oder gut sind, sondern viele Risiken werden nicht richtig behandelt, wie beispielsweise Diskriminierung oder schlechte Arbeitsmöglichkeiten vor Ort. Darüber könnte ich stundenlang sprechen beispielsweise. Ich werde es nicht tun, versprochen. Aber was versuchen wir im Fair-Work-Projekt? Wir versuchen, einige dieser Risiken anzugehen. Und überall auf der Welt sehen wir jetzt, dass die Gesetzgebung noch nicht ausreichend ist, um PlattformarbeiterInnen zu schützen vor diesen ganzen Risiken. Das heißt, wir brauchen hier auch eine gute Repräsentierung. Wir brauchen hier mehr und stärkere Gewerkschaften. Da fehlt es immer noch an Widerstand und an Mitspracherecht von MitarbeiterInnen für gerechte Arbeiten und Arbeitsstandards beispielsweise und Mindeststandards bei der Arbeit. Und wir versuchen deshalb, die Unternehmen davon zu überzeugen, das umzusetzen. Und wir machen das in 38 Ländern. 25 davon sind Niedriglohnländer. Und dank der Ministerien und der Unterstützung der Ministerien haben wir da jetzt auch Fortschritte gemacht. Das heißt, wir versuchen, diese Prinzipien von fairer Arbeit weiter voranzubringen. Auch in der ILO beispielsweise. Wir haben ArbeitnehmerInnen, wir haben Industrien, wir haben Sektoren, wir haben Ministerien und auch Regierungen, die daran teilnehmen. Und wir versuchen hier beispielsweise, sie zu vergleichen und mit den mehr als 5.000 MitarbeiterInnen, die wir mittlerweile haben. Dann versuchen wir, sie zu vergleichen. Und dann gehen wir zu Unternehmen und wir sagen ihnen, okay, wir werden das jetzt noch nicht veröffentlichen. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, euer Rating zu verbessern. Wir werden euer Rating nicht leaken, aber wir werden das auf den Tisch legen. Wie beispielsweise im Vergleich zwischen verschiedenen Fußballspielern. Und keiner möchte natürlich ganz am Schluss der Rangfolge stehen. Alle möchten etwas dazu beitun. Und wir sagen, okay, was sagen wir euch? Es geht hier nicht um die Punktzahlen. Natürlich wollt ihr alle eine gute Punktzahl. Aber wir möchten euch zeigen, was es bedeutet, Best Practices in der ganzen Welt zu verteilen. Und es geht hier nicht um Utopia und es geht nicht um Science-Fiction-Jobs beispielsweise, sondern wir möchten euch Beispiele geben von dem, was hier wirklich passiert. Und wie sind die Standards von dezenten Arbeitsbedingungen, die funktionieren können. Und Dutzende von Plattformen stehen für Millionen von ArbeitnehmerInnen. Die können Veränderungen beispielsweise bewirken, wie Mindeststandards, wie Versicherungsschutz beispielsweise, wie Antidiskriminierungsrichtlinien. Das alles ist wichtig. Oder beispielsweise auch die Anerkennung von Gewerkschaften beispielsweise. All das wurde durch den Dialog mit diesen Unternehmen erreicht, indem wir dieses Rating aufgestellt haben. Also, ich denke, dieser Ansatz zeigt uns, dass es Unternehmen gibt, die sagen, das ist das Gig-Modell und wir können was nicht anders machen, sondern wir können sagen, es gibt trotzdem eine Möglichkeit, auch etwas dezenter und besser zu machen in der Gig-Economy beispielsweise. Es gibt Möglichkeiten, wie Unternehmen wählen, wie sie mit wem arbeiten und wie sie die ArbeitnehmerInnen bezahlen. Es gibt Möglichkeiten für faire Entlohnung und faires Arbeiten und die möchten wir wirklich aufzeigen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ihr habt gesagt, es gibt Millionen von ArbeitnehmerInnen und Dutzende von Plattformen. Und ihr habt wann begonnen? Wir haben mehr als vor vier Jahren und das haben wir in Südafrika begonnen und jetzt noch in mehr Ländern und die meisten sind im globalen Süden angesiedelt. Und es ist wirklich wunderbar, wie wir diese Best Practices austauschen können und wie wir diese Beispiele von Good Practices austauschen können zwischen Unternehmen, die das machen möchten. Der Austausch mit anderen Unternehmen, die vielleicht noch nicht darüber nachgedacht haben oder noch nicht bereit sind. Ja, wir haben auch gehört, dass die deutsche Bundesregierung beispielsweise auch Initiativen wie das Fair Work Projekt unterstützt. Wie sehen die Strategien aus in diesem digitalen Raum des Ministeriums? Ich denke, wir haben gehört, wie wichtig es ist, hier Transparenz zu haben und auch Gewerkschaften zu haben. Das brauchen wir. Und wir müssen alle zusammenbringen, die Geek-Workers sind. Und wir müssen sagen, wer arbeitet für diese Geek-Workers? Wer arbeitet dafür und wer setzt sich ein für die Interessen dieser Geek-Workers? Und da müssen wir auch sehen, wenn es andere KollegInnen gibt, die den gleichen Job machen, Da sehen wir doch auch, das ist wirklich erstaunlich. Jeder arbeitet eigentlich mehr oder weniger für sich. Es gibt kein bekanntes Netzwerk von Geek-Workers beispielsweise, weil jeder sagt, ja, ich möchte diesen Job machen und ich möchte hier den Job machen auf der Plattform oder der Plattform. Da gibt es keine echte Vernetzung. Und das ist auch Teil unserer Strategie, indem wir hier diese Geek-Economy-Initiative gestartet haben, um die MitarbeiterInnen zusammenzubringen, damit hier die Arbeitsbedingungen besser werden, wie es schon gesagt worden ist. Denn wir können nicht einfach sagen, das ist jetzt eine andere Welt und die ArbeitnehmerInnen müssen dafür einstehen, gerade stehen und bezahlen. Nein, es muss dann auch faire Konditionen geben, auch für die Einstellung und wie wir auch gesehen haben, und da gibt es auch bei Asta und Marken Möglichkeiten dafür, wie das funktioniert. Ja, wir haben ja schon von all diesen verschiedenen Bottlenecks gehört und du hast ja zum Beispiel auch wirklich Spezifika genannt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man auf der Policenseite hier auch nochmal etwas sieht. Deutschland ist natürlich ein ganz, ganz wirtschaftliches Land, ein Land mit viel Einfluss, mit vielen, vielen, vielen Menschen. Ist es wirklich auch machbar, dass ein Land, ein Land alles unterstützt? Oder braucht man dafür nicht einfach auch eine gemeinsame Aktion? Vielleicht ist es eine Richtlinie, einfach, dass verschiedene Länder zusammenarbeiten. Ja, also natürlich wissen alle, dass digitale Netzwerke und Plattformen wichtig sind. Natürlich gibt es keine nationalen Grenzen. Das heißt also, es ist nicht genug, einfach hier nur auf nationaler Ebene zu arbeiten, sondern wir müssen natürlich auch auf globaler Ebene arbeiten. Aber natürlich kann man auch sagen, dass die gleichen Plattformen manchmal hier auch verschiedene Voraussetzungen haben, und zwar in verschiedenen Ländern. Und das heißt natürlich auch, dass wir an etwas zusammenarbeiten müssen, um diese Themen anzugehen und um Schritte in die Zukunft zu machen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auch in der Zwischenzeit machen möchten. Wir wissen natürlich, dass es hier verschiedene Organisationen gibt, Arbeitsrechtler und so weiter, die genau daran arbeiten. Sie möchten hier gute Arbeit leisten auf diesen Plattformen. Sie möchten sehr transparent, wie ich ja schon gesagt habe. Und ILO hat das zum Beispiel auch, und zwar auf der eigenen Konferenzplattform. Und das heißt natürlich, dass wir hier Schritte in die richtige Richtung gehen. Die internationale Organisation arbeitet genau daran. Und das zu unterstützen, das ist etwas, das wir tun können. Wir können das vorantreiben, und zwar auf internationaler Ebene. Und das ist auch genau das, was wir gerade tun. Ja, wir haben ja gehört, dass Frauen hier natürlich auch eine ganz spezielle Rolle spielen. Und wir arbeiten hier natürlich auch mit Frauen in diesem digitalen Bereich. Aber vielleicht könntest du nochmal erklären, was die Herausforderungen sind. Herausforderungen, die auch genau Frauen haben. Wir wissen, dass es natürlich einen Unterschied gibt in der normalen Wirtschaft hinsichtlich der Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Und natürlich ist es mir auch sehr schwierig, Betreuung zu finden für Kinder und so weiter. Gibt es hier große Herausforderungen für Frauen, auch im digitalen Raum? Ja, definitiv. Nicht nur eine Herausforderung, sondern es gibt sehr viele Herausforderungen für Frauen, die auch in dieser Wirtschaft arbeiten. Und ich muss sagen, das fängt natürlich an mit einfach nur limitiertem Zugang zu der Infrastruktur, die gebraucht wird. Das heißt also, die Situation in den Bereichen außerhalb von Städten ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Für den Innenstädten Zugang zu Internet, die englische Sprache oder haben vielleicht auch einfach keine Kinderbetreuung. Und jemand, der vielleicht einfach außerhalb von Städten wohnt, hat vielleicht einfach keinen Zugang. Das heißt also, sie müssten reisen, um überhaupt Internet zu haben. Internet ist vielleicht auch etwas teurer. Es ist einfach vielleicht ein Luxusgut, nicht etwas, was sie regelmäßig benutzen können. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass es sehr viel Wettbewerb gibt auf dem globalen Markt. Wir möchten also, dass Frauen auf die Plattformen kommen und dann im Wettbewerb stehen mit jemandem, der vielleicht in Europa studiert hat. Und natürlich ist dann das Level der Sprache und der Kommunikation und des Verständnisses sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt also, sie haben vielleicht die richtigen Fähigkeiten, aber sie können sich einfach nicht austauschen. KI ist ja schon Bias. Das heißt also, es gibt Plattformen mit diesen Biases. Das heißt also, es gibt genau diese Plattformen, wo es diese Probleme gibt. Und sie sind einfach quasi schon integriert in die Plattformen. Und diese Plattformen sind einfach nicht Design für die Arbeitnehmenden, sondern sie kommen aus dem Silicon Valley. Ja, genau. Sie kommen aus dem Silicon Valley, aus der nördlichen Sphäre. Das heißt also, dass die Diskriminierung effektiv auf diesen Plattformen ist. Zudem haben wir dann auch nochmal Gewalt, die wir hier sehen, physische Gewalt. Das ist auch etwas, was wir jetzt auch online sehen. Also eine Frau denkt nicht nur darüber nach, ob sie in Sicherheit ist zu Hause, sondern auch online. Nein, auf einer Plattform. Das heißt also, das ist nur ein Beispiel. Dafür ist eine junge Frau, die sich auf einer Online-Delivery-Plattform angemeldet hat. Und sie ist also ins Restaurant gegangen. Sie hat die Mahlzeit abgeholt. Ist dann in diese Location gefahren, wo sie die Mahlzeit hinliefern sollte. Und der Kunde, der dann diese Mahlzeit bekommen sollte, hat dann einfach die Tür halbnackt geöffnet. Sie hat gesagt, komm doch einfach rein. Also sie musste dann entscheiden, okay, gehe ich in dieses Haus und bekomme ich mein Geld? Oder ist das Kind in meinem Leben oder nicht? Und sie hat sich entschlossen, das Essen zurück ins Restaurant zu bringen. Und als sie zurück im Restaurant war und das Essen wieder abzugeben hat, der Kunde sich beschwert. Ich habe meine Mahlzeit nicht bekommen. Sie war zu spät. Und sie musste für diese Mahlzeit bezahlen. Das heißt also, sie wird nicht nur nicht bezahlt für eine Lieferung, die sie eigentlich ja schon machen wollte, sondern sie musste auch noch dafür bezahlen, denn sie musste dann quasi für das Essen bezahlen. Ein weiteres Beispiel sind Frauen, die zum Beispiel auch auf Online-Taxi-Apps sind. Sie müssen also entscheiden, zu welchen Uhrzeiten sie arbeiten können. Ja, eine Frau kann also morgens aufstehen. Sie muss dann natürlich die Mahlzeit für ihre Familie vorbereiten. Sie muss dann die Kinder in die Schule bringen, muss dann auf der App dann und dann am Anfang arbeiten. In sieben Uhr abends ist es dann in den afrikanischen Ländern meistens dunkel. Es ist also dunkel und dann muss sie sich entscheiden, okay, möchte ich weiter Kunden befördern? Das ist der Bereich, wo ich vielleicht unsicher bin, wo ich vielleicht einfach nicht in Sicherheit bin. Das sind sehr viele verschiedene Herausforderungen, die Frauen hier haben. Und natürlich auch in Sicht, dass sie einfach ausgenutzt werden. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel eine junge Frau, die an einem Programm teilgenommen hat. Sie ist eine Frau, die gearbeitet hat für einen ihrer Kunden und sie hatten eine mündliche Absprache getroffen. Sie haben also gesagt, okay, du kannst also zu mir kommen. Sie haben sich also auch auf einer Plattform kennengelernt, haben dann den Job begonnen. Und danach hat der Kunde dann gesagt, naja, warum bist du auf dieser Plattform? Und haben dann gesagt, okay, 30 Prozent von dem, was du hier haben möchtest, kannst du nicht bekommen. Warum arbeitest du nicht exklusiv für mich? Er hat also dann mit diesem Kunden gearbeitet, war dann bei dem Programm und hat dann festgestellt, naja, ich habe also keinen Vertrag mit dieser Person. Das sind einige Sachen, an denen wir arbeiten, mit Frauen zusammen. Wir möchten ihnen einfach das Wissen an die Hand geben, das sie brauchen. Sie müssen verstehen, was ihre Rechte sind, was sie brauchen, um sich selbst zu schützen, um sicherzustellen, dass sie auch gestützt sind vor den Interaktionen, die möglicherweise passieren können. Und viele Plattformen müssen das einfach verstehen. Einige dieser Nuancen und Herausforderungen, die Frauen täglich sehen, müssen hier einfach transparenter werden. Und zum Beispiel das Beispiel von dem Restaurant, wenn sie wieder auf die Plattform geht und sagt die Plattform, naja, ein Kunde hat sich beschwert über die Lieferung. Das heißt also, es wird hier wirklich angekreidet, muss man sagen. Das sind Sachen, die wir noch herausfinden müssen, wie wir das machen. Viel wird hier noch ans Tageslicht bekommen, während wir hier weiter auf dieser Plattform aktiv sind. Es gibt also viel Arbeit, die noch geleistet werden muss von den Plattformen und natürlich mit Unterstützung der Regierung, sodass wir weiterhin Frauen unterstützen können, sodass wir auch wirklich die Stimme für Frauen sein können. Wir sind Aktivisten. Ich bin heute hier, um für die Frauen zu sprechen und wir müssen hier einfach mehr leisten. Viele Plattformen, wir haben einfach nicht das Verständnis, was wirklich passiert, entwickeln. Ja, vielen, vielen Dank für die Stimme. Ich glaube, zusätzlich zu dem, dass die einfach angreifbar sind, natürlich haben sie auch einfach in der normalen Wirtschaft schon Probleme. Leider gibt es viele dieser Aspekte auch online und das kann vielleicht sogar noch mal etwas herauskristallisiert werden. Und ich muss sagen, wir haben hier natürlich auch einige Themen aufgegriffen, die wir schon mal besprochen haben. Also ich habe einen Bericht über diese Frauen gehabt. Nein, nein, einen Bericht, den gibt es noch nicht, aber der kommt bald. Nein, kein Blint. Also der wird bald auf unserer Website sein, in ein paar Wochen. Und das wird ein Bericht sein, der genau über die Geschlechterverteilung spricht und natürlich auch, wie Frauen in dieser Big Economy aufgehoben sind, was sie tun können und so weiter. Ich möchte jetzt hier leider nicht den ganzen Bericht zusammenfassen, dafür haben wir nicht genug Zeit. Aber ich möchte jetzt kurz ansprechen. Also jeder Einzelne, der das mitgemacht hat und jedes einzelne Beispiel, das wir heute gehört haben, hat ja gezeigt, wie die Situation aussieht. Ich glaube, eine der Schlüsseldinge, auf die wir achten müssen, ist das, was wir sehen, ist, dass natürlich Plattformen, alle verschiedene Plattformen sehr, sehr oft einfach nicht auf die Unterschiede der Arbeitnehmenden eingehen. Das ist quasi immer eine Lösung, die für alle bereitgestellt wird. Was hat das für einen Einfluss auf Frauen? Frauen haben hier natürlich ein geringeres Einkommen, sie haben ein größeres Risiko zu tragen und sehr, sehr oft geht auch die Gefahr, dass es einige Jobs gibt, die Frauen einfach nicht machen können. Und es gibt hier sehr viele verschiedene Beispiele, die wir gesehen haben. Und ich möchte natürlich einige Beispiele, die du genannt hast, nicht wiederholen, aber ich möchte noch mal ein paar hinzufügen. Also Frauen, die zum Beispiel auch Taxis fahren, Uber und so weiter, ja. Wir hören hier Beispiele von Frauen, die sagen, dass fast jede Frau, die ein Uber fährt, hat ungefähr eine Geschichte, die so ähnlich ist. Also wenn ein Mann sieht, dass eine Frau fährt, dann sagen sie sie entweder ganz ab oder geben dann eine schlechte Bewertung. Also warum haben Plattformen diese Bewertungen? Naja, damit sie sie ausschließen können, wenn sie unter einer bestimmten Grenze sind. Und normalerweise behandeln alle Plattformen ihre Arbeitnehmenden gleich. Das heißt also, wenn es hier Diskriminierung gibt gegen Frauen, dann sind das natürlich schlechte Ergebnisse für Frauen. Das heißt also, auch das sehen wir sehr oft. Es gibt eine Studie von Flex, die sich um die Ausbeutung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen dreht. Und hier haben wir gesehen, dass 57 Prozent der Frauen hier diese Übergriffe erlebt haben. Wenn man sich das mal überlegt, 57 Prozent der Frauen haben das erlebt. Das ist doch unglaublich. Und deswegen sollte man sich überlegen, wenn Frauen diese Dinge dann öffentlich machen, dann antworten diese Plattformen entweder gar nicht oder nur sehr, sehr langsam. Natürlich gibt es auch immer diese Haltung, der Kunde ist König. Und natürlich, ganz egal was es ist, ob es Plattformen sind, sich um Schönheit drehen, um Putzen drehen, ganz egal. Wenn Frauen sagen, nein, ich möchte diesen Job nicht annehmen, dann wird es auch eine schlechte Bewertung mit sich ziehen. Das heißt also, das ist ein großes Problem auf globaler Ebene. Und wenn man dafür sicherstellen möchte, dass Frauen auch wirklich sicher sind, dann haben wir gesagt, dass Frauen manchmal einfach auch tagsüber abends nicht arbeiten können. Und natürlich sind sie so noch weniger flexibel und so haben sie noch weniger Einkommen und hat dann wieder einen Einfluss auf den Unterschied zwischen dem Einkommen von Männern und Frauen. Das sind also große Probleme. Eine Sache, die wir versuchen beim Fair Work Project, wie gesagt, wir haben fünf Prinzipien, die Plattformen einhalten sollten, aber eins davon ist Fair Management. Und das dreht sich in erster Linie um die Diskriminierung. Das heißt also, eine der Dinge, die wir hier wirklich auf den Plattformen pushen, ist, dass wir sagen, wir geben euch hier nicht den Fair Management Punkt, außer ihr habt Fair Equity Policen. Das heißt also, dass man nicht alle gleich behandeln muss. Das heißt also auch nicht, dass wir einfach blind sein sollten und die Unterschiede nicht erkennen sollen, sondern es gibt das Verständnis, dass wenn man diese Bewertungssysteme hat, und das haben die meisten Plattformen, dann muss man sie entweder monitoren, einige haben die einfach nur zum Spaß, die disziplinieren dann vielleicht ihre Arbeit, nehmen dann damit. Aber wenn man diese Bewertungssysteme hat, dann muss man auch verstehen, dass da sehr oft Diskriminierung passiert, sehr oft Bias passiert. Und das ist natürlich etwas, was Frauen sehr viel öfter betrifft. Das heißt also, wir möchten, dass sie interne Audits machen. Wir möchten, dass sie uns sagen, was die Ungleichheiten sind, was auch der Unterschied zwischen der Bezahlung zwischen Männern und Frauen ist, etc. Und dann haben wir Pro Equity Policen, um das anzugehen. Und genau das versuchen wir, durch unsere Fair Management Prinzipien umzusetzen. Das ist eine faszinierende Arbeit. Aber es ist natürlich auch sehr schade zu hören, dass der Schutz dieser Frauen wirklich sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Denn sie haben einfach auch sehr viel weniger Flexibilität, weil sie weniger Stunden arbeiten können. Wenn wir uns die Initiative der Ministerien nochmal ansehen, dann sehe ich, dass eine der größten Säulen die Entwicklung der Frauen ist. Wir haben jetzt hier schon einige schlimme Situationen gehört, die Frauen auch manchmal durchstehen müssen. Aber ich möchte wissen, was könnte man denn tun, um diese Situation zu verbessern, dass wir einfach hier mehr Gleichheit schaffen können? Naja, wir haben ja gerade gehört, dass es hier noch einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Wir sind hier immer noch nicht auf der gleichen Ebene, noch nicht mal annähern. Und ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass wir die gleichen Rechte haben, die gleiche Repräsentation, wir die gleichen Ressourcen haben, und zwar für Männer und Frauen. Und das heißt natürlich auch, dass wir anerkennen müssen, dass es einen Unterschied zwischen Männer und Frauen gibt. Ich glaube, der feministische Ansatz ist, dass wir uns mehr Ressourcen haben, bessere Repräsentation und natürlich mehr Rechte für Frauen. Denn wenn Frauen diese Rechte haben, dann ist die Gesellschaft einfach ausgeglichener insgesamt. Und genau das wird auch gebraucht. Und wenn wir hier nochmal die Probleme ansehen, und ganz besonders natürlich auch in der digitalen Wirtschaft, dann heißt das, dass wir einfach mehr Standards brauchen. Wir brauchen bessere Standards, und zwar für alle verschiedenen Regierungen. Sie müssen die Verantwortung dafür tragen. Es gibt keinen einzigen Bereich, wo es das nicht braucht. Das heißt also, wenn es so viel Diskriminierung geben würde in einem Unternehmen, in der freien Wirtschaft, dann wäre das einfach nicht akzeptabel. Aber wir akzeptieren das in der digitalen Welt, ohne es zu hinterfragen. Und das darf einfach nicht sein. So kann das nicht weitergehen. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir die Regierungen mit auf unsere Seite bekommen. Sie müssen die Verantwortung dafür tragen. Und deswegen gibt es auch unsere Initiative. Wir möchten das Thema auf politischer Ebene weiter aufgreifen. Und gleichzeitig möchten wir Organisationen helfen, dass sie wirklich etwas tun, um das System zu verändern. Und genau das ist gebraucht. Das System muss sich verändern. Wir brauchen mehr Gewerkschaften. Wir brauchen einfach mehr Leute, die auch wirklich auf vertrauenswürdige Weise für die Arbeitnehmenden einstehen. Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Und ich muss sagen, Visibilität ist ganz, ganz wichtig. Wenn man sich überlegt, dass Dinge in unseren Unternehmen vor sich gehen, in unserem täglichen Leben, dann wären wir hier wirklich schockiert und würden das nicht akzeptieren. Aber aus irgendeinem Grund passiert es ja trotzdem im dunklen, stillen Kämmerchen online. Und wir sagen einfach nichts. Wir müssen einfach zeigen, was passiert in der Big Economy. Ich würde jetzt gerne noch mal die Diskussion öffnen für all diejenigen im Publikum. Wir haben ungefähr noch 10 bis 15 Minuten, um Fragen zu beantworten. Und ich glaube, dass es hier viele gibt, die auch Fragen haben. Fragen an unsere Teilnehmenden. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch bitte gerne. Und dann werden wir unsere KollegInnen bitten, euch Mikrofone zu geben. Es gibt ja schon eine Frage hier ganz hinten. Sorry? Leider können wir die Frage nicht hören. Tut mir leid. Man muss das Mikrofon verändern, sonst können wir nichts hören. Okay. Kann man mich jetzt hören? Ja, also. Meine Frage ist etwas kompliziert, deswegen musste ich sie aufschreiben. Aber es hängt mit dem, was Minister Schultz gesagt hat. Und was Professor Drain gesagt hat, dass es nicht genug Gewerkschaften gibt. Und im deutschen Kontext kann man sagen, dass die Mitbestimmung und Streikrechte wirklich sehr, sehr veraltet sind. Nicht flexibel genug sind. Ich bin selbst in einer Gewerkschaft. Ich muss sagen, sie sind auch sehr, sehr kompliziert in der institutionellen Partnerschaft, die wir in Deutschland haben, ganz besonders. Und da diese Strukturen so schwer sind zu navigieren und Betriebsräte sind sehr, sehr schwer zu etablieren für verschiedene Arbeitnehmenden. Denn zum Beispiel Arbeitnehmende aus einem anderen Land, die keinen deutschen Pass haben. Sie kennen ihre Rechte vielleicht gar nicht. Vielleicht sollte sich das fundamental verändern. Die deutsche Organisation, wie Menschen quasi zusammenkommen können und wie sie auch besser repräsentiert werden können. Und ich liebe das Fair Work Project, aber vielleicht brauchen wir eine grundlegendere Veränderung. Wir müssen uns wirklich evaluieren und überlegen, wie diese Zusammenarbeit funktionieren kann und wie Menschen nicht mehr ausgebeutet werden. Wenn ich das richtig verstanden habe und bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich würde sagen, die Rechte zum Streik. Natürlich sind das nicht die normalen Streiks. Wir wissen natürlich, dass die Collective Strike, dass etwas ist noch nicht passiert, das fängt jetzt gerade erst in der Gegend von mir an, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht möchte ich erst mal, dass Sie anfangen oder mag vielleicht Sie? Ja, vielen, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, eine der Dinge, die wir hier sehen und zwar weltweit ist, dass, und das ist nicht nur Deutschland, ja, wo wir Probleme haben, uns zu organisieren, aber sehr, sehr oft gibt es sehr, sehr viele verschiedene schwere rechtliche Hürden, muss man sagen. Manchmal sind das natürlich auch unabhängige Leute, die einfach selbstständig sind, etc. Und sie haben hier noch das Kartellrecht, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Sie können sich also nicht mal organisieren. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme, die wir uns ansehen müssen. Also in der Gig Economy gibt es wirklich sehr, sehr viele Menschen, die scheinselbstständig sind. Ich möchte ja nicht sagen, dass alle hier natürlich angestellt sein sollten, aber viele von ihnen sollten angestellt sein. Denn es gibt sehr, sehr viele scheinselbstständige und viele dieser Angestellten sollten eigentlich auch den Schutz genießen können, der mit einer Anstellung einhergeht. Also einfach natürlich zum Beispiel Sachen wie ein sicheres Einkommen, Sie können mit Ihrem Baby zu Hause bleiben für die ersten drei Jahre, etc. Also wenn es eine Polize gibt, die wir wirklich pushen müssen, und zwar weltweit, ist es, dass wir sicherstellen, dass all diese scheinselbstständigen einfach nicht mehr scheinselbstständig sind. Denn wir brauchen einfach Abentebende, die die gleichen Rechte haben. Und diese Rechte bekommt man, wenn man angestellt ist. Ja, da stimme ich von und ganz zu. Denn es gibt hier internationale Unternehmen, deswegen brauchen wir auch internationale Standards. Wir müssen dieses Thema auch weiter angehen in Deutschland. Hier gibt es immer noch viel Arbeit für uns, um diese Sektoren auch zu regulieren, sodass alle die gleichen Rechte haben. Auch natürlich außerhalb von der nicht-digitalen Welt. Diese Arbeit muss reguliert werden, sie wird gebraucht. Und es gibt hier Standards in Deutschland, natürlich auch in Europa, aber wir brauchen internationale Standards dafür. Denn auch im globalen Süden brauchen wir das. Und im Norden. Wir arbeiten natürlich, und das hat einen Einfluss auf die Arbeitnehmenden im globalen Süden. Das heißt also, wir brauchen einen Standard auf der ganzen Welt. Das ist wirklich gebraucht. Und ja, ich weiß natürlich, dass das nicht etwas ist, das wir jetzt so einfach machen. Wir führen es hier fünf Wochen. Aber wenn wir gleich anfangen, wenn wir nicht die Gespräche anstupsen, dann wird sich auch nichts verändern. Und das möchten wir mit der Initiative machen. Und das machen wir mit all diesen Beispielen hier. Wir versuchen herauszufinden, was gebraucht wird und was auch heute schon möglich ist. Und wie ein internationales System aufgestellt sein könnte. Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht kann ich ja kurz was hinzufügen. Also, ich glaube, eine der Dinge, die wirklich am interessantesten sind, die Features, die wir hier auch wirklich online im GigWorks sehen, im Remote Platform. Da sehen wir, dass die größte Nachfrage nur von wenigen Ländern auf der ganzen Welt kommt. Europäischen Ländern, Kanada, Amerika, Australien und Japan. Die Arbeit findet aber weltweit statt. Und ich glaube, dass diese Länder, die hier wirklich eine große Nachfrage haben, die möchten dann dafür sorgen, dass diese Standards auch wirklich umgesetzt werden. In der ganzen Wertschöpfungshilfe. Ich glaube, deswegen können wir Inspiration bekommen von zum Beispiel Deutschland, wo Unternehmen tatsächlich jetzt Menschenrechte implementieren müssen. Es gibt hier Minimumstände für ihre eigenen Arbeitnehmenden, sondern in allen Unternehmen in ihrem Produktionsnetzwerk. Und ich könnte mir etwas Ähnliches vorstellen für die Online-Arbeit. Es gibt keinen Grund, warum etwas, das in Deutschland, Königreich oder in Kanada anders laufen sollte, als jemand, der in Kenia arbeitet oder in Indien arbeitet. Ja, jetzt gerade können sie das noch machen, aber ich glaube, das ist einfach nicht richtig. Ich glaube, wir könnten das einfach besser umsetzen, weil es gibt die Nachfrage. Das stimmt absolut. Das deutsche Gesetz zur Lieferkette zeigt wirklich, dass wenn man wirklich mit einem Land angeht, wie zum Beispiel Deutschland, dann haben wir jetzt auch schon auf europäischer Ebene Gespräche und das schon seit eineinhalb Jahren. Und ich glaube, es könnte bald ein europäisches Gesetz werden für diese Lieferketten. Und ich glaube, das zeigt wirklich, dass man einfach einen Anfang machen muss. Das ist der richtige Weg. So bekommt man Lösungen und nicht nur Gespräche darüber. Ja, es ist wirklich schön, dass es hier neue Initiativen gibt, die es jetzt schon hier auf der Bühne gibt, würde ich glauben. Wir haben ja wirklich die richtige Wahl getroffen. Aber ich glaube, du möchtest noch etwas sagen, oder? Ja, ich wollte nur hinzufügen, dass eine der Dinge, die wir hier natürlich auch sehen, ist, dass natürlich es sehr, sehr viele kraftvolle Gemeinschaften gibt. Deswegen gibt es viele Selbstständige, die einfach keine Gewerkschaft gründen können. Sie können auch kein Teil dieses Schutzes sein. Aber sie müssen ihre Rechte trotzdem verstehen. Sie müssen verstehen, was sie nicht bekommen, das andere schon bekommen. Und so schaffen sie es dann einfach auch, die Gemeinschaften besser zu unterstützen, die sich jetzt gerade bilden. Denn so hat man eine Stimme. Eine Stimme auch dieser Arbeitnehmenden. Und ich glaube, das sind auch sehr, sehr viele Frauen und auch junge Männer, die in diesen Tualities sind. Und so hat man auch die Möglichkeit, wirklich einen Punkt zu erreichen, wo man sagen kann, okay, wir sind keine Gewerkschaft, wir sind eine Gemeinschaft von 20.000 Plattformarbeitenden. Und hier sind unsere Herausforderungen und das möchten wir haben. Und so haben wir einfach eine stärkere Stimme, die uns selbst repräsentieren kann. Ja, ich glaube, dass all diese Aktionen, hier gibt es wirklich ein gemeinsames Thema. Und das ist Transparenz. All das muss passieren. Und so braucht man einfach Transparenz, dass man zeigen kann, was die Arbeitskonditionen sind. Was sollten Freelight Lens bekommen? Was sollten Sie wirklich angestellt sein? Und wie könnte das aussehen? Und ich glaube, das ist wirklich ein gemeinsames Thema, das wir in all diesen Institutionen sehen. Und ich frage mich, ob es hier noch weitere Fragen gibt. Wir haben noch Zeit für eine weitere Frage. Ah, ich sehe hier eine weitere Frage. Ich glaube, es wäre sehr, sehr klug, das Mikrofon zu benutzen, besonders da hinten. Oh, es gibt noch zwei weitere Fragen, die ich sehe. Mein Name ist Viktor Lange. Und wir haben ja gerade gehört, dass es sehr schwer ist, eine Gemälde beizutreten oder eine zu gründen. Es gibt hier verschiedene Hürden etc. Und ich finde das Projekt wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe mir überlegt, ob man das nicht noch einen Schritt weiter treiben könnte, sodass Menschen sich organisieren. Und zwar hinsichtlich ihrer Regime, um wirklich diese Standards auch umsetzen zu können. Denn ich sehe hier Demokratien, die zurückgehen auf globaler Ebene. Und dagegen müssen wir proaktiv angehen. Diese Vision könnte man vielleicht teilen. Und daran könnte man auch weiter arbeiten. Ja, vielen, vielen Dank, Viktor. Es gab noch eine weitere Frage. Vielleicht könnten wir die erst aufnehmen und dann antworten wir beide Fragen gemeinsam. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Mark und Esther. Meine Frage ist, ich arbeite für den Center for Society. Marc weiß, dass wir eine Foundation sind. Wir haben auch einen Bericht veröffentlicht. Ich kenne den Namen von dem Bericht gerade nicht. Aber meine Frage ist, wir hatten natürlich die gute Gelegenheit, an diesem Bericht zu arbeiten. Wir haben hier es gesehen. Und ich bin natürlich auch ein Nutzer dieser Plattform. Deswegen habe ich mich gefragt, hat unser Bericht einen Einfluss auf die Unternehmen gehabt? Haben Sie jetzt bessere Audits? Hat das irgendeine Veränderung vorangebracht? Haben Sie Ihre Geschäftsmodelle angepasst? Denn wir haben eine neue Realität. Und ich hoffe, dass wir mehr Visibilität geschaffen haben mit diesem Bericht. Es gibt hier verschiedene Probleme, die wir auch sehen. Zum Beispiel in Indonesien gibt es weniger Bezahlung für die Arbeitenden. Aber dafür ist es für die Kunden teurer geworden. Und ich frage mich einfach nur, ob das einen Unterschied gemacht hat. Das sind also Fragen, die sehr, sehr gut sind. Also wie können wir Veränderungen vorantreiben? Und Marc, vielleicht können wir mit der ersten Frage anfangen. Was für Einfluss hat dieser Bericht? Also, hallo erst mal. Vielen Dank für die harte Arbeit an diesem Bericht. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und eine der Dinge, die wir hier gesehen haben, ist, und vielleicht habe ich das nicht richtig beschrieben, aber eine der Dinge, die wir in diesem Projekt machen, ist, wir sehen uns nicht nur Unternehmen an und bewerten sie in jedem Land, sondern jedes Jahr. Das heißt also, wir schauen sie jedes Jahr erneut an in verschiedenen Ländern. Und was wir gesehen haben, ist, wenn wir das das erste Jahr machen, dann gibt es Unternehmen, die vielleicht nicht wissen, wer wir sind. Wir sind einfach nicht eingebettet in die lokalen Informations-Ekosysteme. Und sie wissen vielleicht noch nicht, wie viel Druck wir auf sie ausüben können. Das heißt also, im ersten Jahr gibt es wirklich noch nicht so viel Einfluss in jedem Land. Aber was wir hier zeitlich sehen, ist, dass in Indien zum Beispiel, da haben wir jetzt den fünften Bericht, in Südafrika haben wir auch schon den fünften. Und in Ländern, wo wir arbeiten, und zwar Jahr für Jahr, fangen alle die Plattformen an, mit uns zu arbeiten. Denn natürlich haben sie Angst, dass ihr Ruf einfach ruiniert wird oder zumindest beeinflusst wird. Ihre Wettbewerber führen dann Änderungen durch. Also möchten sie das selbst auch machen. Und ich glaube, du hast am ersten Bericht von Indonesien gearbeitet. Und ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo wir in die nächste Phase gehen. Wir sind jetzt schon weiter vorangeschritten in Indonesien. Und ich glaube, du hast absolut recht. In einigen Aspekten werden hier die Rechte der Arbeitnehmenden hier wirklich etwas geschwächt. Aber dennoch ist er Teil unseres Berichts. Und sie möchten zusammenarbeiten. Und wir haben hier auch ein großes Unternehmen, Glovo. Die haben jetzt hier nochmal eine Vereinbarung mit uns unterschrieben, wo sie gesagt haben, okay, ich glaube, sie arbeiten mit 24 Ländern zusammen, denn sie wissen, dass sie hier einfach einen Schritt vorangehen möchten. Und sie, ja, haben das mit uns gemacht. Und ich möchte jetzt noch nicht viel mehr sagen, denn wir haben es noch nicht unterzeichnet. Aber sie sind sehr interessiert daran, mit uns zu arbeiten, in Dialog zu treten. Und vielleicht kann ich auch noch den anderen Punkt ansprechen. Ich glaube, was ich hier wichtig finde, ist, eine Sache, auf die wir uns fokussieren sollten, ist, wenn wir uns die Geschichte der Arbeitsmärkte ansehen und wie wir zum Beispiel auch Sachen gewonnen haben, dann ging es immer darum, dass wir zusammengearbeitet haben. Und das brauchen wir. Niemand wird aufstehen im Namen der Arbeitnehmenden und all die Arbeit für sie übernehmen. Wir müssen hier einfach zusammenhalten. Wir müssen Gewerkschaften gründen. Und ich glaube, das ist das, was wir in der Geekonomie auch brauchen. Wir müssen einfach sehen, dass diese Regulierungen manchmal auch dafür sorgen, dass Arbeiter einfach diese Kraft nicht zusammenbringen können. Aber ich glaube, Repräsentation ist sehr, sehr wichtig, denn man kann keine faire Arbeit haben, ohne dass sich Arbeitnehmende organisieren können. Ja, ich möchte hier auch noch mal highlighten. Zusammenarbeiten ist sehr, sehr wichtig. Genau darauf kommt es an. Und genau das steht auch für Demokratie und Restrukturierung. Und ich glaube, das ist auch die neue Möglichkeit, wie wir auch wieder Kraft auf die Straßen bringen können, sodass wir einen Schritt weiter gehen können. Denn ich glaube, wenn wir mit automatischen Systemen arbeiten, haben, dann heißt es, es gibt keine Regulierung für Arbeitnehmende. Es gibt keine Rechte. Aber ganz parenz, eine Gewerkschaft oder Zusammenarbeit, das ist das, was auch Druck auf die Länder ausübt, die die Gesetze machen. Und das ist normalerweise genau das, was wir auf globaler Ebene tun müssen. Deswegen würde ich sagen, wir brauchen diese gemeinsame Arbeit. Das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist das Teil unserer Strategie. Wir brauchen eine Plattform für all die Arbeitenden, die zusammenkommen können und ihre Kräfte bündeln. Okay, ich glaube, wir könnten hier wirklich für immer weiter machen. Aber ich kriege ja schon einige Zeichen. Wir haben einen ganz, ganz straffen Ablaufplan. Es gibt noch andere Leute, die auf die Bühne kommen möchten. Aber ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich freue mich wirklich selber über die Initiativen, die wir heute angesprochen haben. Und ich glaube, es gibt viele, viele Dinge, die gemacht werden können und gemacht werden sollten in der Zukunft, sodass sich einfach auch die Geek-Economy verbessert. Wir müssen jetzt leider abschließen. Auf positive Art können wir sagen, dass es nochmal ein Meetup gibt später, wo man auch die Teilnehmenden treffen kann im Meetup-Garten, einfach gleich um die Ecke. Da kann man dann auch mit den Gesprächen weitermachen, die wir jetzt leider unterbrechen müssen. Ich möchte jetzt abschließend sagen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an die Panelisten, vielen, vielen Dank an das Publikum für das Input und die Fragen, diejenigen, die auch im Hintergrund arbeiten, das Ministerium, GIZ oder natürlich alle Angestellten. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben einen tollen letzten Tag bei der Republika 2023. Vielen Dank.